Wir haben hier eine grafisch gegebene Zeitfunktion vorliegen. Gefragt ist nach der Laplace-transformierten dieser grafisch gegebenen Funktion. Die Kurve setzt sich aus drei Einzelfunktionen zusammen. Zuerst einmal aus dieser Sprungfunktion, also aus dem Einheitssprung, welches der rot gekennzeichnete Teil der Kurve ist. Dann haben wir einen Einheitssprung, der sich in die negative Richtung bewegt. Das ist der gelbe Teil der Kurve. Und als drittes, hier in blau gekennzeichnet, haben wir wieder einen Einheitssprung, der bei der Zeit 2t beginnt. Wir machen jetzt folgendes, und zwar formulieren wir für all diese drei Einzelfunktionen die zeitabhängigen Verläufe. Die rote Kurve ist ja der Einheitssprung, und zwar mit dem Faktor a als Vorfaktor, weil der Sprung ja nicht auf 1 geht, sondern auf a. Daher nennen wir diese Funktion f a von t, und sie ist gegeben durch a mal Sigma von t. Die gelbe Kurve fb ist gegeben durch minus 2a mal der Sprungfunktion, allerdings ist die nach rechts verschoben um die Zeit t. Daher steht hier nicht Sigma von t, sondern Sigma von klein t minus groß t. Die dritte, also die blaue Funktion, ist also fc, gegeben durch die Amplitude a mal dem Einheitssprung, der um 2t nach rechts verschoben ist. Also a mal Sigma von t minus 2t. Jetzt werden diese drei Einzelfunktionen alle Laplace transformiert. Dazu nehmen wir uns die Tabelle mit den Korrespondenzen und Transformationssätzen zur Hand. Für die Funktion f a transformiert sich die Sprungfunktion zu 1 durch s. Als Vorfaktor bleibt das a davor einfach multiplikativ stehen. Bei der Funktion fb ist das ganz analog. fb ist gleich dem Vorfaktor minus 2a mal 1 durch s. So, und nun kommt noch ein Exponentialterm dahinter. Das liegt daran, dass der Einheitssprung um t nach rechts verschoben ist. Hier kommt deshalb der Verschiebungssatz zum Einsatz. Der befindet sich auf der Tabelle mit den Transformationssätzen. Es gibt zwei verschiedene Verschiebungssätze, einmal für eine Verschiebung nach rechts und einmal für die Verschiebung nach links. Hier liegt ja eine Verschiebung nach rechts vor und deswegen lesen wir aus der Tabelle ab, dass die Laplace-Transformierte der eigentlichen Funktion, also hier 1 durch s, multipliziert wird mit einem Faktor e hoch minus a mal s. a ist hier ja gleich groß t. Daher kommt hier noch ein Term e hoch minus t mal s hin. Für die dritte Funktion fc kommt wieder der Verschiebungssatz zum Einsatz. Die Verschiebung der blauen Kurve im Vergleich zum normalen Einheitssprung beträgt 2t. Deshalb ist die Funktion fc gegeben durch a mal 1 durch s mal e hoch minus 2t mal s. Unsere ursprüngliche Zeitfunktion ist also durch diese drei Einzelfunktionen gegeben, deren Transformation in den Bildbereich wir ja eben bereits gemacht haben. Jetzt brauchen diese drei Einzelfunktionen im Bildbereich einfach nur alle addiert werden und das gibt dann die Gesamtfunktion groß f von s. Der Grund hierfür ist der Überlagerungssatz, der steht hier ganz oben auf der Tabelle der Transformationssätze. Als Ergebnis bekommen wir also die Summe alle einzelnen Laplace-Transformierten der Funktionen f a, f b und f c. Das hier ist das Ergebnis. Hier wurde, damit es ein bisschen übersichtlicher aussieht, der gemeinsame Faktor a mal 1 durch s ausgeklammert. Die Laplace-Transformierte f von s ist also gegeben durch a mal 1 durch s mal in Klammern 1 minus 2 mal e hoch minus t s plus e hoch minus 2t mal s. Und jetzt probiere ich hier ein bisschen übersicht.